hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch begrüßen zu ping wars wir spielen heute race car edition ude bedeutet wir gehen auf richtig richtig viel move und speed da ist ja schon eine weile her wir haben predator am start wir haben diese rune dies das und hier und dort und hier haben wir sogar ein ward ja wir schauen mal einfach was so geht bin sehr gespannt außerdem habe ich mir folgendes zur mission gemacht dass wir alles zergenken werden wir werden alles zergenkende ude sein wir können uns auch direkt den hier der ist glaube ich relativ free mit ude also der plan alles zergenken was nicht bei drei auf dem baum das ist der plan mal ganz lecker und jetzt rennen wir ich bin ein bha lux support meine freunde lila luna du nix neben kerze wir könnten so einen sidestep über die mitte machen und so tun als ob wir gegen aber xp abstaubt und so ein bisschen vielleicht ich denke ich denke ich denke level 3 er flasht naja das passt jetzt ist die frage da würde ich mich sehen aber wir wollen uns erst mal naja wir wollen uns erst mal red bar würde ich sagen da können wir uns mal den bar für eben fix machete wir kommen race car edition ude geht sogar zwei punkte in e das ist hidden beyond broken hidden beyond kann man sagen so jetzt haben wir die dinge noch mal um hier ein auf das wie bads panzer der macht auch mal so so jetzt haben wir schuhe und jetzt können wir los rennen ja doch das ist gut jetzt wird gerannt leute ich würde mich da sind erst level 3 leute ich bin bald fünf also ich gehe da die da bin da bin ich nicht so danke so naja jetzt können direkt tauntin nehmen einmal angegribbelt wir können ihn auch vielleicht noch ein bisschen abfacken im jungle ja ich komme okay das war's so ja wir wollen aber jetzt ne ihr dürft ihr nicht facken ne ficken dürft ihr nicht ich würde mich beim red buff sehen wir haben cent help ich glaube das problem ist dass die gegner schon verstärkung zuerst da sein wird okay ich bin raus ja okay dann nicht dann nehmen wir uns den blue buff der ist auch gut der ist fast genauso gut also nicht ansatzweise bis ok brä 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 ja ich bin eine katze wir brauchen auf jeden fall mehr ad leute das muss ein bisschen mehr scheppern das scheppert gar überhaupt gar nicht bray sky edition uder max die eher als zweites wer was was für schildkröte schildkröte ist genau das gegenteil von schnell das wollen wir ja nicht wir wollen schnell sein polizei sirene ganz ganz wichtig ich bin aber straight ich bin direkt auf dem auf dem highway ich habe predator ich habe ghost und ich bin ein bär ich bin nur der ich bin nur der du bist kein uder ich bin aber uder ha stopp stoppen wir das ja okay ist okay jetzt kann man das gute an sohn gang ist jetzt kann man auch gerne hier ich bin ja auch der zoll gleichzeitig jetzt können wir gerne unsachgemäße ware bezollen kann ich das hier nehmen die kommt ja wohl klar oder nicht diese ware muss vernichtet werden ja 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 aber für ein plate kann man das mal machen hätte sie mir geholfen wäre das alles nicht Red Bull ist da, das ist auch sehr gut. So, jetzt wird direkt... Gehen wir direkt wieder einfach hoch. Da, go. Nee, nicht hier, da. Bruder, Jobben. Alter, ist das dein Scheißernst? Oh my boy. Was war denn das für ein... Oh Gott. Ach, Sacha Moi. Der hat doch keine Ult, oder? Der hat doch keine Ult, oder? Anscheinend doch. Ja, Sacha Moi. Die gibt lieber 20 Plates ab. Tolle Wurst. Jetzt haben wir auch kein Mana mehr. Geiles Sausage, sag ich da. Ja, dann... Geht voll in die Hose, sag ich jetzt schon mal. Aber bei sowas bin ich... Ja. Ähm... Ich bin gar nicht hier. Ja, okay, aber den können wir fighten, glaube ich. Wir haben nämlich keine Schildkröte. Ah! Den hätte ich gefightet, um das mal zu sagen. Aber der Spielfahrt, der man nahe kann dazu, ist okay. Der ist okay, leider habe ich... Ja, Plates! Nicht ohne mich. Fang nicht ohne mich an. Nicht ohne mich. Nicht ohne mich. No. Ja. Geil. Geil. Bruder, mach die Plates. Das ist wirklich geil. Das ist richtig geil. Gibt das eigentlich noch ein Textbild? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe hier nur Spanisch. Obwohl es Italienisch ist. Ich muss dafür gehen. Ja, okay. Also vielleicht... Ich kann ja hier zugucken. Machst du das noch? Do it. Do it. Do it. Danke. Later. Ähm... Ich bin gar nicht hier. Ich bin nicht hier. Sehr gut. So. Das neue Paar Race-Shure ist da. Jetzt würde ich gerne nochmal Botline runterrennen. Oder rennen wir schon wieder Toplane runter? Weiß ich nicht. Ja, wie wäre es mit Botlane? Ich komme Botlane. Sorry. Sorry. Ich bin unterwegs. Wir sind schnell. Ihr müsst nur ready sein. Predators an. Ghosts an. Und jetzt... Randale. Randale-Sandale. Randale-Sandale. Ah, das hat mich nicht getroffen. Ich schwöre. Ich schwöre, das hat mich nicht getroffen. Aber ich bin genauso schnell wieder weg, wie ich da war. Und dann... Das ist Umstrukturierung. Jetzt kann ich nämlich... Ich gank da, wo man mich braucht. Zack. Den stun ich. Oder? Na. Na. Ja. Auch wenn der halt mich nicht auf. Auch... Nee, stören mich nicht. Ah. Das ist wie so eine Werbung für Allwetter, Udia. Ich bin da. Ich bin da. Den mache ich jetzt fertig. Ich habe noch ein Bill Open mit dem. Ja. Was? Wunder. Ah. Oh, Blades. Also wenn du dich entscheiden kannst zwischen Wattling, Gag und Plates. Da nehme ich doch die... Hashtag Plate geil. Komm, das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Help! Bruder. Da habe ich Glück gehabt. Den nehme ich auch. Den nehme ich auch. Den. Ja, die Kanone. Ja. Ja, okay. Eins geht noch. Eins geht immer. So, wir brauchen Schnelligkeit. Da gibt es nur das. Nur das gibt es. Ich würde mich auf der Botlane sehen. Rennen ist eigentlich... Nee, ich renne keine Lanes runter. Ich düse die Lanes runter. Da zum Beispiel sehe ich mich. Ich starte schon mal den Motor. Ich könnte mich auch hier sehen. Ich warte einfach wie so eine Polizisten. Die Polizisten, die stehen immer hinterm Busch. Und dann kommt jemand vorbei, der zu schnell ist. Ne, Radaranlage. Ja, dann... Ja, 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 ja. Okay. Ich habe leider mein Prater geused. Ähm, jetzt wissen wir leider nicht, ob hier Vision drin ist. Ich mache den einfach mal. Sehr gut. So. Ja, ja, okay. Wir schmeißen die Motoren an. Die Motoren sind an. Prä. 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 Fre! 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 Free! Du kannst halt auch keine Skill-Shots treffen, weil ich einfach wie so ein Transformer bin. Unendlich schnell. Also, ja, so, ne? Oh, wir haben Rei... Ne, haben wir nicht. So, was können wir machen? Da unten ist einiges an Action. Ich wäre auch unterwegs. Ich habe auch ein bisschen was ready, aber leider kein Ghost. Na! Oh, lol, ich mach damage. Das ist okay. Ja, es war immerhin lustig. Also... Okay, ich glaube, das war's, Leute. Ich würde gerne noch einmal die Zündung starten, aber das wird wohl nichts werden, wenn ich das hier so sehe. Ja, ähm, aber es war ja eigentlich ganz lustig soweit. Na, wir können ja trotzdem den Rest nochmal anschmeißen, den wir haben. Oh, Ghost kommt nochmal, Leute. Ghost. Wir haben leider kein Predator, aber... Ja, also, das... Ja, 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 also... Oh Gott, jetzt sterben wir echt. Okay, jetzt muss ich das wie ein Held beenden. Okay, like a hero. Ja, gut. Ähm, war auch immer eine ganz lustige Runde, finde ich. Die Frage ist, was für eine Race-K Edition spielen, weil es Ness ist. Ich weiß es nicht. Hier? Ich weiß es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020